Also hier sind wir in Strunzdorf, SC Strunzdorf, da trainiert FHC und da trainiert SC Strunzdorf. Da sind die zwei Tormänner, die gerade trainieren und da sind die ganzen Spieler, die auch gerade trainieren. Er erklärt gerade, abwitzelt mal. Der erste Kunde und dann der zweite Kunde. Der erste Kunde und der zweite Kunde und abwitzelt. Mein Schulanfang auf der Telefon. Grunzdorf. Und damit ich will anfangen. Die Spiele stehen sich auf. Die restlichen Spiele kommen auch noch dazu. Weil das noch nicht alle Spiele sind. Die kommenden einzelnen kommen, kommen, kommen. Und sie sind da. Wir können sie dann auch schon sagen. Und stellen sich dann mal auf. Der Trainier ist dann auch noch dazu. Der Trainier ist jetzt auch noch dazu. Der andere Kunde ist unangenehm. Wenn sie immer laufen. Und die Mitteln. Die Bögen sind eben ge Bilzt. Und so, wie sieht uns das. Wie sind die Sturmsdorf? Das sind so viele Sturmsdorf. Die Stöhnen sich in einem Reier auf. Die müssen warten. Ein bisschen? Und die rebelische. Sie klassen sich manchmal nicht aus wegen Corona. Sie stellen sich in die Position. Und der Tor geht zu dem Tor. Und es beginnt jetzt. Der Gegner passt zu seinem Mitspieler und passt wieder zu seinem Mitspieler. Die Gegner haben noch einmal den Ball. Der Gegner passt zu dem Mitspieler. Der Gegner passt zu dem Mitspieler. Der Gegner passt zu dem Mitspieler und passt zu dem Mitspieler. Er verziert jetzt den Ball und passt zu dem Nummer 5. Nummer 5 passt zu dem Nummer 15. Nummer 15 passt zu dem Nummer 14. Nummer 14 passt zu der Nummer 12. Nummer 12 passt zu der Nummer... Oh. Der letzte, aber der Ball war draußen. Er war aber leider draußen. Der erste, aber der erste, der muss man nicht haben. Er zieht Strunst auf dem Ball. Der Gegner hat den ersten Mal. Er verziert die Nummer 2. Nummer 10 passt zu der Nummer 13. Nummer 13 passt zu der Nummer 15. Nummer 15 passt zu der Nummer 5. Nummer 5 passt zu der Nummer 13. Nummer 13 passt zu der Nummer 12. Nummer 12 passt zu der Nummer 8. Nummer 7 passt zu der Nummer 8. Ich ولا bin dabei. Oft werden wir eher nicht wieder gehen, aber wir können auch nicht mehr in die Kirchen. Oft sind die Kirchen, die Kirchen, die Kirchen geben. Ich bin nur 15, die Kirchen, die Kirchen, die Kirchen geben. Ich bin nur 15, die Kirchen, die Kirchen, die Kirchen, die Kirchen geben. Und das ist extra für FHC. FHC passt. Kugeln mit Spieler. Nummer 8 schießt. Und er verzehrt den Ball. Und die Gegner laufen nach vorne. Nummer 14, FHC Zimmer 9. Das haben wir nach dem Ball. Und er passt Nummer 10. Ein Wurf. Nummer 6 passt zu den linken Mitspielern. Nummer 14 passt zu den linken Mitspielern. Nummer 13 passt zu den linken Mitspielern. Nummer 15, Nummer 6. Und Nummer 6 passt zu den Nummer 10. Nummer 10 passt zu den Nummer 9. Und passt zu den Nummer 6. Nummer 10擴 Nummer 11. Ordens. Nummer 11. Das passt sofort. Nummer 11. Nummer 11. D Cad constat zu den Nummer 19. Dap constat. Nummer 22. Die Gegner haben Ballnummer 14 und Hens für uns. Er passt in die linke Seite. Jetzt in die Mitte. Jetzt wieder auf die linke Seite. In die Mitte. Passt zu der Nummer 6. Jetzt zu der Nummer 13. Und zu der Nummer 2. Und Nummer 13 nimmt den Ball. Und Nummer 2. Für die Mitspieler nach links. Und Nummer 11 hat den Ball. Lauf nach hinten. Passt nach hinten. Und Nummer 3 hat den Ball. Und Nummer 6 hat den Ball. Und Nummer 6 hat wieder den Ball. Schießt. Und die Gegner haben abgeladen. Jetzt schießt. Nummer 11 hat den Ball. Lauf nach hinten in die Mitte. Und Nummer 10 hat den Ball geschossen. Jetzt hat den Abonnieren nicht vergessen. Okay. Die Gegner hatten gerade den Ball. FAC. Der FAC hat das erste Mal. Der FAC hat das erste Mal. Der FAC hat das erste Mal. Den kann man auch. Und jetzt hat Nummer 8. Und jetzt Nummer 5. Passt du die rechte Seite, Nummer 6, Nummer 6 passen wir vorne, Nummer 10, Schuss! Nummer 10 hat den Ball, Nummer 15. 1-0 für Wette! 1-0 für Wette! 1-0 für Wette! Noch immer 0-0 für Wette! Und 1-0 für Wette! Nummer 14 hat den Ball! Passt du die Nummer 8? Nummer 14 hat wieder den Ball! Passt du den linken Metspieler! Und Nummer 1, Schuss! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! 2-0! 3-0! WINTER Anna! 2-0! 1-0! 2-0! 2-0! 2-0! 1-0! 2-0! 2-0 2-0 1-2 1-2 1-2 1-2 Nummer 16 in den Ball, Nummer 15 pass nach vorne und dann holen wir nach dem Ball in die Nummer 102 und nicht vergessen haben, wir haben die 17. Haltzeit. Der Tag Töte. Jetzt weg, passen wir zu den Nummer 7, Ball drauf. Und er macht die Ecke. Und gegner hat Löffel. Jetzt hat der Tammer keinen Verziehball. Und Maschina den Ball. Und jetzt hat der 13. Ball. Und der war 15. Hunde gegen 1. 3-0. 29. Start. Nummer 13. Par scelieren wir. Für die Himmels noch nicht weg, passen wir nach schicken, получagen wir Nummer 16, passen wir nach Nummer ... .. oder? 8. Jahrzehnte! Und er hat dann ein Tor geschossen. Er hat dann ein Tor geschossen. Er steht jetzt 14.04 vor 10. Gäste. Er hat die Gegner geballt. Wir machen es nicht so. Er hat sie. Er hat sie. Er hat sie nur noch. Ich habe den Ball in meinem Pass-2-Den-Amala. Nummer 3. Nummer 3. Pass-2-Den-Amala. Nummer 3. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 9. How is it? It's a po- 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 This is po- It's a po- I think I should be here. It's a po- Das ist eine gute Pause. Oh, Seitenwechsel. Vor. Ich beginne wieder. Wieder. Zuerst, wer bekommt den Ball zuerst? Okay. Jetzt. 15. 15. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 10. Nummer elf passt zu der Nummer zwölf. Mit zwölf passt zu der Nummer zwölf. Passt. 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 Nummer fünf passt zu den. Passt du den normalen. Nummer fünf passt zu den. Nummer fünf passt zu den. Nummer fünf passt zu den. Oh. Es steht jetzt fünf zu null. Nummer fünf. Also, ein Fahrzeug hat dann mal fünf Tore gespielt. Der Gegner hat mir leider mehr. Schade. Also. Also. Der Gegner hat den Bad. Also. Naja. Sozusagen elf Meter. Nummer zwölf oder Nummer elf. Schade. 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 Nummer 5 schießt und der Traum hat den gehalten, Nummer 8. Also Nummer 15 passt. Ja, 10er Nummer 8. Nummer 8 passen, Nummer 15 passen, Nummer 11. Nummer 11 fällt der Nummer 15 passen ab. Und 10er Nummer 8. Nummer 8. Nummer 11 passen ab. Nummer 8 passen ab. Nummer 7 passen die Nummer 10 passen ab. Nummer 11. spieler 13 13 11 11 12 12 12 16 16 19 19 19 19 15 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 16 16 16 16 16 17 16 16 18 19 19 19 20 20 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 20 19 20 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 19 20 20 20 20 21 21 21 Muffins passt zu den Nummern und Nummer 9 passt zu den Nummer 9, nein, fast, aber fast viel. Zulang auf den Nummer 10, er ging jetzt immer noch 10 Meter, und der wird noch den Fischen. Zulang auf den Nummer 10, passen. Zulang auf den Nummer 10, passen. Passt zu der Nummer 6, Nummer 6, passt zu der Nummer 15, Nummer 15, oh. Sobald es draußen ist, Leih. 6 zu 0 steht es nochmal. Dirkus und 60 zur Halbzeit. Die Gegner, das haben Ball. Leih, Leih, super schmeißvoll. Der Kapitän schießt, er fährt 10 nach Kopfball. Und der Gegner hat jetzt Ball. Einfach zu schießt. Tor, 7 zu 0. 67. Halbzeit. 67. Halbzeit. Und 30. Sekunde. 7 zu 0. Für FHT. Jetzt hat der Gegner Ball. Jetzt. Jetzt hat er fast den Ball. Und die jetzt. Lauf nach vorne. Lauf nach vorne. Und. Jetzt hört der Ball. Und der Ball ist drauf. Jetzt hat er fast die Nr. 15. Jetzt hat er fast die Nr. 15. Und Nr. 9 hat der Ball. Nr. 10 hat den Ball gehalten. Und Nr. 10 hat den Ball gehalten. Jetzt haben wirzzo. 9. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 14. Schuss! Und jetzt hat der Ball Passt die Nummer 10 und Schuss! Mal 5 Schieß Jetzt hat er dann den Ball an den Gegenmann Und Und Kommen Sie nach vorne Und André! Jetzt hat er nun mal auch den Ball Und Gegner Passt nach vorne Und er passiert den Ball Und er hat den Ball gehacken! Super! Und er hat den Ball Nummer 10 von den Gegnern hat den Ball und da hat den Ball Und er 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 hat den Ball Und... Tschüss. Und die Ball ist weg. Alex! Oh, ist aber eine kleine draußen. Zu spät. Jeps! Oh! Was soll das dann? I Gunn! Und die Schmerz! Und die Schmerz! Die Schmerz! Die Schmerz! Die Schmerz! Und die Schmerz! Die Schmerz! Die Mal gewonnen! Das war's! Das war's! Ich bin echt glücklich. Wollen wir auf den Weg gehen? Nein, hab ich nicht. Ich bin jetzt leid. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.